Ja, die Interschutz ist natürlich für die VfDW extrem wichtig. Wir sind ideeller Träger der Interschutz und die Aufgabe ist es da auch natürlich, Menschen zueinander zu bringen, nämlich Fachleute. Wir sind Experten-Netzwerk und unser Anspruch ist es, die Leute zueinander zu bringen und das kann man natürlich gut auf einer Messe tun und insbesondere natürlich der Interschutz. Ja, die Interschutz 26, die muss die ganz großen Themen wie zum Beispiel tatsächlich auch die KI, denn die wird immer mehr bei uns auch Einzug halten. Auf jeden Fall das Thema Bevölkerungsschutz, Zivilschutz, aber natürlich auch das Thema, und das ist die Messe, Feuerwehr, die roten Autos, die dürfen auf keinen Fall fehlen.